willkommen hier zurück zu resident evil 4 so und hier haben wir uns aufgehört in der zweiten hälfte des dorfes naja wobei das dorf ist relativ groß eigentlich und ja ich glaube hier braucht man sich auch nicht wirklich verstecken ich glaube hier kann ich mich auch noch nicht mal wirklich verstecken höchstens vielleicht schon mal schauen ob hier einer auf mich warten wird und hier könnte ich speichern das ist gut hier können wir speichern das ist sehr gut dann machen wir das nicht mal ich glaube ich immer so 33 speicherstände die ich immer wieder überschreibe das reicht eigentlich auch jetzt nicht so wirklich viel immer abwechseln so wie sind wir erstmal sicher hier vorne ist schon mal die info von dem ich jetzt schon gesehen ein hühnerei das nehme ich mir gerne so da gibt schon mal die info für die medaillen die man hier schießen kann so hier ganz wichtig ich hoffe ich mache es jetzt richtig man sollte erst das ding runterschießen die klappe muss erst runter ich weiß nur gerade nicht wie das war wie war denn das wie war denn dass man kann das jetzt kommen die erst mal ne ja komm ran nicht so schüchtern so wie waren das weil wenn man das nicht runter macht das ding man das stinkt dann fällt der anhänger nämlich in den gulli und das wäre schlecht so und dann ist er nur die hälfte wert oder nur ein bruchteil von dem was der anhänger sonst wert wäre das wäre sehr schade habe ich glaube ich im let's play damals nicht richtig gemacht ich glaube da habe ich das ding runter geschossen und es ist in die gülle gefallen und dann ist das ding nachher nur noch 3000 wert oder so das wollen wir nicht so hier ach hier können wir rüber sehr gut ich wollte nämlich erst mal das ding hier lesen so blaue medaillen 15 blaue medaillen 7 auf dem bauernhof 8 auf dem friedhof diejenigen unter euch die zehn oder mehr zerstören werden belohnt der rest ist unlesbar trotz hd pack man ich habe gedacht da wäre jetzt ja erst wenn der rote punkt da ist ich muss ich anders von mir ich muss mich noch anders positionieren ach komm sei doch nicht so sehr gut so 1 von 15 so gibt es ja fasziniert sind die will spielen diese dinger zum sammeln junge was ist denn so am zittern oder bin ich das es könnte auch sein dass ich das bin so gut tag die landwirtschaftskontrolle wie sieht es denn hier so mit der hygiene aus ja ich sehe schon das ist nicht unbedingt so gut hier alles hier ist nur stinkende jauche ja ich sage ja das ist hier nicht alles so ganz so ganz bio hier das nehmen wir auch alles mit so ich glaube fünf findet man hier die anderen dann später auf dem friedhof ich bin mir aber nicht ganz sicher ich glaube hier gibt es auch schon ein paar schätze zu sammeln so ich kann das auch schon beruhigen ich weiß noch nicht genau ob ich das ada dlc hinterher spiele weil das ist ja nun auch schon ja separate ways haben wir schon gespielt ich weiß nicht ob ich es noch mal spiele ich überlege mir das mal während des lps würde ich sagen ach guten morgen die alten tage aber noch ganz schön rüstig der gute mann was ich hier an dem spiel auch übrigens sehr feier ist dieses backtracking es ist zwar jetzt noch nicht aber das kommt später noch und das haben wir ja dann bei resident evil village dann auch gehabt und das fand ich einfach so geil dass man da einfach dann auch die möglichkeit hat wieder noch mal zurück zu gehen sich noch sachen zu sammeln und 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 so da ist auch noch was oh man ich hoffe ich werde hier nichts übersehen so pistoleros munitionos haben wir auf jeden fall schon mal genug ah genau deswegen wollte ich hier hoch so da können wir raus ich erinnere mich nämlich noch ich hatte hier irgendwo ein ganz bescheidenes schiebe nicht rätsel aber hier war irgendein ich weiß nicht ein schrank oder irgendwas das musste man so wegschieben und ich hatte da irgendwas verkehrt gemacht oder zu spät und dann konnte ich das nicht mehr einsammeln was auch immer da war da habe ich mich damals glaube ich so geärgert weil da hat mir ein stein glaube ich gefehlt bei diesem bei diesem komischen krug den man den man finden kann ich weiß noch nicht mehr so genau was das war ich glaube hier das ding muss auch glaube ich auf seite und dahinter ist irgendwas irgendwie so war das ich meine ich könnte jetzt auch nachlesen aber ehrlich gesagt nö warum sollte ich das tun ich glaube von oben man muss da von oben raufspringen und dann kann man das ding auf seite schieben irgendwie so war das doch glaube ich gewesen so ich muss irgendwo hier rein springen war das hier ja ich glaube das war richtig naja genau hier gibt es auf jeden fall schon mal den bierstein und irgendwas war mir so dass das entweder habe ich das im let's play nicht gefunden oder später ich bin mir nicht mehr sicher bin mir absolut gerade nicht mehr so sicher so wichtig ist auf jeden fall dass ich die medaillen alle kriege das ist mir das allerwichtigste ach ja hier kommen wir auch noch rein dann müssen wir noch mal kurz nach oben ja wie gesagt ne ein paar sachen weiß ich noch aber ich habe auch viel vergessen merkt man bestimmt gar nicht ist ja nach der menge an jahren wo ich nicht mehr gespielt habe glaube ich auch völlig normal ich glaube ich wäre auch so hingekommen oder ich weiß es gar nicht ach super das hat sich ja voll gelohnt wow so wie viele haben wir jetzt sehe ich das irgendwo mini auftrag 5 von 15 das müsste passen nee da hinten ist noch eine warte mal moment hier ist noch eine der it is another one ach und hier ist auch noch was guck mal ich habe fast noch ein spinell übersehen schnell noch ein spinell und noch ein paar peseten so auf der anderen seite des dorfs müsste noch was sein warte da in richtung von dem brunnen wo habe ich denn hier jetzt noch eins übersehen das an dem rad das übersehe ich ganz gerne mal das habe ich ja war vielleicht hier in der scheune warte mal die dinger hängen auch gerne mal einfach irgendwo gemein an einem an dem balken dran oder so ich muss noch mal gucken ah ok umdrehen und dann rechts müsste das sein also hier auf der seite irgendwo warte mal ja ich erinnere mich genau da oben nämlich ganz gemein ganz gemein versteckt so ansonsten ich glaube wenn wir new game plus haben haben wir ja sowieso die ganzen karten schon ne ich glaube tatsächlich ja weil die kann man sich ja normalerweise vom händler kaufen aber die haben wir jetzt schon alle das heißt ich werde es auch ein bisschen einfacher haben die ganzen schätze dann zu finden was auch ganz gut ist so ich glaube da komme ich nicht durch ne ich glaube ich muss oben lang oh ich kann hier doch durch oha ganz kurz kann man die karte eigentlich auch irgendwie schnell aufrufen ich weiß es gar nicht ah dann komme ich da noch nicht durch glaube ich ne aber ich will gucken ob ich die medaille trotzdem kriege weil die müsste da eigentlich an der seite irgendwo zum abschießen sein weil das genau dazwischen ist moment nach folgende sendung verschieben sich um ein paar sekunden bis minuten so ich bin echt erstaunlich ich finde es erstaunlich wie schnell ich doch wieder in die steuerung reinkomme so ein bisschen zumindest ja da oben wusste ich es doch wusste ich es doch na komm schon äh nicht so viel zittern lion danke so hier kommen wir nicht durch ne hier lässt sich nicht öffnen ist wahrscheinlich von der anderen seite verschlossen wenn mir jemand hilft komme ich vielleicht drüber ja ich weiß auch schon wer ja ich weiß auch schon wer es gibt so ein paar sachen im spiel die natürlich etwas nerven aber die gehören dazu also von daher nervige gegner werden wahrscheinlich auch früher kommen als mir lieb ist so hier gab es glaube ich irgendwo schon ein ein günter ne ein günter nester naja abgesehen von den typen aber ich glaube die laufen weg ne ach ne oh nein quicktime ich erinnere mich oh nein äh die so wie auf profi sind muss ich da ganz schnell drücken boah alter junge 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 mit dem auch so ein bisschen aufpassen hier was sie hier macht ganz ehrlich denkt doch mal an die arbeitssicherheit junge 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 ich weiß gar nicht ob man die da runter schießen muss so ich will noch mal gucken ob hier noch irgendwas war irgendwas ist weil ich bin jetzt so schnell hier runter gelaufen da habe ich doch bestimmt irgendwas übersehen nö tatsächlich nicht so vorsicht bevor ich hier den hans guck in die luft mache ähm da renne ich bestimmt wieder in irgendeine blöde falle rein ich weiß es doch genau ah da ist was zum runterschießen schau an schau an auch immer sehr gerne dinge die man in die decke ein na was ist das denn einsetzt und sie runterschießen kann so wunderbar ah ich weiß glaube ich wo ich hier bin wobei man ja viele sachen sowieso später nochmal revisited wird ah der hat glaube ich ne der hat dynamit dabei Mist geht das erst wenn der angezündet hat schade das klappt gar nicht warum nicht ach der muss das machen ok ja verstehe ich dachte man kann den tatsächlich vorher nicht töten das wusste ich gar nicht ok krass so vorsicht natürlich hier vor den vor den fallen die beißen mhm ja ja so pass mal auf ich hatte eigentlich vor genau den zu machen ja so geht's auch die sind nämlich immer so schön doof und jagen sich dann meistens selber in die luft oder so so geht's auch man kann die dynamit stangen auch zerschießen während die die werfen oder wenn die die angezündet haben das finde ich immer ganz nice so hier die falle ist auch schon hochgegangen super spitze i like it so eine spinne aber ich glaube die ist egal ja guck mal hier ne das ist schon wieder so typisch so ein typisches ding wo ich jetzt reingelaufen wäre weil ich einfach zu blöd bin einfach mal vor meine Füße zu gucken ich weiß auf jeden fall dass das nicht die einzigen Kollegen waren ja genau da ist auch schon wieder was los na nu ihr blöden feiglinge ich sage mal warte so der müsste eigentlich oder so das geht auch ja ist das schön ich mag das so hier war noch einer aber der hat sich gerade erledigt ich mag das eigentlich ist das kein kein Schleichspiel hier aber ich mag es halt manchmal die Gegner so ein bisschen auszutricksen oder mich irgendwo so ein bisschen anzuschleichen das ist immer ganz lustig so warte wer stampft denn hier ach nee das ist oh entschuldigung das ist gar nicht gar kein gestampfe ich habe mich kurz erinnert was das eigentlich war ja so ich gucke gerade noch mal schnell ja ja ich weiß ich weiß wo das Geräusch herkommt da stampft keiner sondern da ist jemand eingesperrt aber ich gucke gerade noch mal in die Bäume ne ne sieht das nicht so aus das wäre hier noch was gut dann rein hier und hier können wir noch speichern sehr schön nehmen wir erstmal alles mit da haben wir auch noch bisschen was so dann erstmal speichern so ich spiele hier auch nicht übrigens auf irgendeine besondere Bewertung oder so ne da müsste ich viel viel schneller sein ehrlich gesagt das schaffe ich auch gar nicht so ich gucke mal eben können wir schon wieder was kombinieren na sicher doch so warte so dann können wir das auch mit dem gelben noch kombinieren so und dann helfen wir der Person wer auch immer das ist mal aus dem Schrank heraus ich damals übrigens voll Schiss ne weil ich dachte da ist irgendein Monster drin oder irgendwas das ist ein bisschen rough, nicht wahr? du bist nicht wie sie? nein du? okay ich habe nur eine sehr wichtige Frage du hast einen Schrank? du hast einen Schrank? du hast einen Schrank perfekt das große Cheese was? das ist unsere Yeah huiuiui da ging es ja schon mal ganz schön rund oh trefferquote könnte noch besser sein aber ich habe nicht mal gestorben das ist gut so dann geht es ganz schnell weiter so ich muss nur aufpassen dass ich nicht die alten Spiegelstände überschreibe das wäre ein bisschen schade wir könnten übrigens auch ey da habe ich gerade gesehen auch in einem New Game Plus später starten ne? Das wäre ja ganz cool. Ich weiß es noch nicht, Leute. Hey, hey, wake up. Ay, yi, yi. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, I'm just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy, who happens to be quite a lady's man. Why'd you quit? You put your life on the line, nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. I used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. After you. Now! It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tired up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley is in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there is a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. But there are characters in Resident Evil... Over here, stranger. Yeah. 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 I think that's what I'm going to do with it. I think that's what I'm going to do with it. I think that's what I'm going to do with it. I think that's what I'm going to do with it. I think that's what I'm going to do with it. Well, that's what we're going to do with it. So, wie konnte man nochmal drehen? Äh, wie konnte man nochmal drehen? Ich weiß es leider nicht mehr. Q, E, Y, R, nein. Shift, STRG, oh Gott. Äh, phew. Mittlere Maustaste ist es auch nicht. Ich weiß, dass das irgendwie ging. Nummernblock. Der Nummernblock ist hier total tot. Nein. Äh. Shit. Wie konnte ich denn nochmal Gegenstände drehen? Ich tippe gerade alles an, was hier auf meiner Tastatur ist. Weil so kriege ich das ja nicht hier rein. Äh, ja, das ist sehr gut. Mit Ende. Wow. Ende und entfernen, Alter. Okay. Ja gut, das Spiel ist halt nicht mehr das jüngste, nicht wahr? Das darf man natürlich nicht vergessen. So, und dann hätte ich natürlich gerne noch das Zielfernrohr für das halbautomatische Sturmgewehr. Ist das alt? So, das können wir auch direkt kombinieren, ne? Glaube ich. Oder geht das erst später? Ja, es geht glaube ich erst später. Danke. So, Hilfe. Erste Hilfe brauche ich nicht. Ansonsten... Das Gewehr haben wir ja schon. Das könnten wir erstmal aufleveln. So, Schatzkarte Dorf. Habe ich aber schon, ne? Ich glaube, die habe ich schon. Irgendworte ich sie mir einfach nochmal. Ich nicht vorregel. Ja gut, ist ja klar. Ich kann ja mal gucken. So. Ähm. Das Gewehr würde ich erstmal ein bisschen verbessern. Können wir das eigentlich schon nach Maximum bringen, oder? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht hier. Ich habe so viel Kohle, ehrlich gesagt. Danke. Ich mache das erstmal so weit wie es geht. Ich habe nicht genug Geld. Wow. Okay. So. Verkaufen. Wir können mal ein bisschen... Hier die Spinelle, die können wir mal loswerden. Den Perlenhänger, guck mal 10.000 kostet der normalerweise. Ich weiß, wenn der in die Gülle fällt, dann ist der lange nicht mehr so... So tolles Hühnerei ist... Ja, das kann auch weg. So. Und jetzt müsste ich das eigentlich exklusiv kriegen hier, das Gewehr. Jawohl, ne. Wir können ja auch mal wieder ein bisschen... Bisschen sparen. So. Wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben. So. Der Händler. Einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich in Resident Evil. So. Nochmal ein bisschen Red Kraut. Apropos Red Kraut. Können wir denn? Ja, natürlich. So. Okay, das passt. So. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht, was ich mit den Waffen mache. Ich hätte die auch theoretisch am Anfang behalten können. Aber ich habe mir gedacht, ach komm. Ich will es mir auch nicht zu einfach machen. Aber vielleicht war es auch nicht die beste Entscheidung. Mal gucken. Ich kann mir ja theoretisch alle Waffen kaufen, die es hier irgendwie gibt. So. Ist es denn hier noch was? Weil wir wurden ja woanders hingebracht. Es könnte ja durchaus sein, dass hier noch was drin versteckt ist. Nee, anscheinend aber nicht. Dann spreche ich euch eben nochmal. So. Für die Szene, die jetzt kommt, braucht man auf jeden Fall das Scharfschützengewehr. Ja. Bzw. Es wäre ganz gut, wenn man es hätte. So. Hat er jetzt gemacht, ne? Ja. 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 Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Uh. Okay. Guck mal, da kommt schon einer her. Da kommst die Herren, da kommst. Oh ja, das geht auch. Wunderbar. Ach, das blöd wegen dem Weg im Dienst, ne? Ich schieße natürlich immer dagegen. Scheiß Position, wo ich hier bin. Okay, warte, 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 ne? Das gute Gruppenfoto nicht vergessen. Ja, ich kann wieder Gruppenfotos machen. Endlich. Ah, das wird aber auch so Zeit. Endlich kann ich wieder Gruppenfotos machen. So, bleib mal liegen. Na, schade, ich dachte, der andere kommt vielleicht noch hinterher. Wir können endlich wieder Gruppenfotos machen. Oh ja. Wie habe ich das vermisst? Ist das schön. hättet er mich noch angreifen können so weiß ich hallo fall doch mal um was ist denn los mit den leuten mein kopflos durch die gegend rennen ja schön und gut aber langsam aber sicher ist dann doch ein bisschen unglaubwürdig so wie schaut's ja es war knapp was habe ich das macht nicht schade und wir treten muss noch mehr mit kuh arbeiten habe ich gerade festgestellt richtig zur sache aber die kommen noch nicht die kommen noch nicht ich kann mich erst mal umschauen so ich weiß dass sie immer noch eine truhe ist mit irgendein signi oder irgendwas ich weiß es gerade gar nicht so habe ich denn überhaupt noch scharf schützen moni doch ich habe ein bisschen die gute dragon fly die sei ein bisschen zu schade für die gegner die zu nah dran stehen ich überlegen tatsächlich mit lieber auf sparen ich war mir mal die scharfschützen moni die brauche später noch ganz ehrlich brauche ich lieber später noch manche lieber auf herkömmliche ab und weise was da war ouch und da immer noch ein beilchen her ich weiß zwar nicht genau wieso oder so her aber ich habe immer noch ein beil auf reserve und hier ist das mal ruhe ja sie los aber irgendwo wo war denn die ist das glaube ich da oben Ja, ja, das ist auch. So. Voll die arztunreiche Musik. Ja, da ist wieder einer ganz vorne mit dabei. Da ist wieder einer ganz vorne mit dabei. Ach, hier geht's noch raus. Hier ist die Truhe. So, wer hat denn hier? Wer hat denn hier? So, das Rappen mit der rechten Hälfte. Der war das bestimmt, ne? Oh, das kann man auf die altmodische Art und Weise. Ich möchte mir die Scharfschutzmodelle noch ein bisschen aufsparen. Allein später für die Gondel und so. Da ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, war's das? Ich fürchte nicht. So, wir heilen uns mal eben. Wenn ich hier nicht rumrenne, wie der letzte Henker. So, ich möchte nicht einfach... Ich muss erst die Leiter umwerfen, damit ich da runter kann. What the fuck? Okay, alles klar. So, ich glaube, ich habe hier alles. Ich muss auf jeden Fall diese zwei Hälften kriegen. Eine haben wir schon. Ich muss da vorne das Tor aufkriegen. So, erstmal hier. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Ah, guck mal, hier gibt es die zweite Hälfte. Ah, schau mal. Ah, ist noch Scharfschutzmodelle. Und? Ja, moin. Komm mal her. Das ist der Hinterletzte, das hier kapiert. Kommt hier alle noch her, sag mal. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwo ein Nest. So, ich lege ihn mal dazu. Dankeschön. Ich will erst mal ein bisschen sammeln hier, ne? Der liegt noch scheiße, ich stehe nicht nur nah genug zu haben. So. Komm mal her mit der Boni. So, wo kam die jetzt alle noch her? Die sind irgendwo gespawnt oder die kommt von vorne? Ich weiß es gar nicht. Das ist hier am Berg, ne? Na, geht schon. Geht schon. So. Ich glaube, mehr gab es hier gar nicht, ne? Sieg mir haben wir. Ich glaube, viel mehr ist hier auch gar nicht da unten so was. Guten Tag, der Herr. Legen Sie sich doch mal hin. Ich habe mal da Fragen an Sie. Wie stehen Sie denn zu lang in Messern? Ah, hier ist das, ne? Genau. Ah, ja, ja, man kann einmal rum. Alles klar, alles klar. Guten Tag. Immer noch die beste Methode, um Munition zu sparen. Ah, endlich. Nichts gegen die Musik, ne? Aber die ist manchmal, manchmal ist die echt anstrengend. Boah. Bin ich echt froh, wenn das dann mal langsam wieder ein bisschen ruhiger wird. So, das ist okay. Zack, raus hier. So, dann werden wir mal gerade schnell... Warte mal, ich muss mal gucken. Schlüssel und Schätze, ne? So, das Kombinationen, wir mal El Grande damit. Und dann haben wir auch den Schlüssel. So, habe ich sonst alles? Da oben ist noch ein Fass. Das hole ich mir noch. Das kann man nicht aufmachen, ne? Ich finde immer diese komischen Kästen hier, die finde ich... Ach, guck mal. Da ist ja auch noch was. Das hätte ich ja fast übersehen. Da müssen wir das Ding gleich einsetzen, aber vorher hole ich mir noch El Fasso Grande. El Fasso Grande ist da oben. Wir sagen mal eben drüber. Oh, es macht mir so Spaß, Leute. Es macht mir so Spaß, Resident Evil 4 zu spielen. Es wird wieder ein paar Stellen geben, die mich nerven. Aber das ist bei jedem Resident Evil so. Sonst wäre es kein... Warte mal. Wo ich da so überhaupt hin? Ach, ich muss da die Leiter hoch. Ach, Gottchen. Ja. Aber ich freue mich schon auf einen bestimmten Kampf, der mich später erreichen wird. Oder zu dem ich kommen werde. Weil da möchte ich endlich das Achievement haben. Ich glaube, das ist auch gar nicht möglich, das beim ersten Mal zu kriegen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist. Das geht, glaube ich, erst später. So, hier war noch ein Spind. Genau. Den habe ich übersehen. Ah. Groutos Gelbos. Sieht gut aus aus in my handos. Ja, ich höre schon auf. So. Das passt da rein. Sechseckiges Rappen verwendet. So, Leute. Und wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von Resident Evil 4, dem HD-Projekt. Bis dann. So.